Herzlich Willkommen zum Shocktober, dem großen Horror-Halloween-Special of Playzocker-Reviews. Der Oktober hat 31 Tage und das gibt mir Zeit für 31 Horrorfilm-Reviews. Ich habe mir das Ganze so überlegt, dass ich mir gleich komplette Franchises vorknöpfe. Wir beginnen mit The Texas Chainsaw Massacre, machen weiter mit Freddy Krueger und The Nightmare on Elm Street, weiter geht's mit Jason Voorhees und Freitag der 13. und geschlossen wird mit Saw. Insgesamt ergibt es genau 31 Filme, weil die Remakes von Freitag der 13. und Nightmare on Elm Street werden nicht gereviewt. Einfacher Grund, ich habe sie schon gereviewt. Also wer die Reviews zu diesen Filmen nachschauen möchte, findet die bereits im Kanal. Ich bin sehr gespannt, was ich in diesem Monat alles über die kultigen Horrorfilme, die Kult-Horror-Ikonen lernen werde. Wir werden sicher viel Spaß dabei haben und was mich jetzt interessieren würde, ist eigentlich, wer ist euer Lieblings-Horror-Killer? Auf welches Review von diesem Monat freut ihr euch am meisten? Schreibt es mir einfach in die Kommentare und gleich geht's los. Ich bin bereit. Ich bin bereit.